Eine Spezialität von Walter Fallsysteme sind die sogenannten Warenhausversandtürme. Die verschiedenen Faltbox-Module können wir hier ideal kombinieren, um die Filialbelieferung vom Zentrallager optimal zu gestalten. Insgesamt sind die Versandtürme genauso modular wie die Ideen unserer Handelspartner. Dabei können wir auf verschiedenen Grundmaßen aufbauen. Eine Rollpalette 1200x800 als Basis ist genauso einsetzbar wie ein Rollwagen im Halbpalettenformat oder wie ein Rollwagen in 600x400 für den Transport dieser Faltboxen. Abschließend werden die Versandtürme mit Deckeln versehen, um hier eine sichere Umreifung für den Transport zu erreichen. Je nachdem, wie der Kunde seine Ware kommissionieren und dann auch in die Regale der Filiale befüllen möchte, kann er aus dem Sortiment der Faltboxen auswählen und sich verschiedene Standardeinheiten kombinieren. Insgesamt liegen die entscheidenden Vorteile dieser Versandtürme in ihrer Modularität, in ihrer Flexibilität für den Artikeltransport. Geistertig lassen sie sich einfach in der Filiale bewegen und verhindern außerdem Müll und alle möglichen Reststoffe, die in der Filiale schwer zu entsorgen sind. Alle Versandtürme lassen sich natürlich auf ein Fünftel ihres Gesamtvolumens zusammenfalten, um hier auch Kosten bei der Rückführung einzusparen. Walter Fallsysteme, nur wir sind so.